Ha! Hab ich sogar getroffen. Hä? So. Lass ihn brennen. Äh. Schieß nochmal. Trau dich. Trau dich, hab ich gesagt. Auf mich, nicht auf die anderen. Fick dich, Server. Fick dich mal so richtig. Das meine ich. Du bist mitten im Kampf und auf einmal... Was soll das? Oh Gott. Tod. Wow. So was regt aber auch wirklich auf. Also wenn das nochmal passiert, dann bin ich hier runter. So was soll der echt nicht sein. Man ist mitten im Gefecht und auf einmal kommt so ein blödes Pop-up-Fenster. Hey, guckt mal. Wir wollen euch Werbung zeigen. Wir wollen euch dazu zwingen. Mir ist scheißegal, ob ihr gerade dabei seid, jeden umzubringen. Also ich meine, wenn es bei jedem gleichzeitig wäre, wäre es wenigstens nur halb so schlimm, weil man dann nicht stirbt. Das war ja anscheinend bei niemanden anders. Weil die haben alle ganz fröhlich weitergespielt, oder? Haben dafür bezahlt auf dem Server. Nein. Ist wahrscheinlich doch nur Werbung, wenn ich so ein bezahltes Zeug. Weil man hat ja an sich keinen Grund dazu, auf einem Server zu... und dann zu bezahlen, dass man auf diesem einen von tausenden Servern spielen darf. Würde für mich keinen Sinn machen. So, da haben wir gleich den nächsten. Äh, you and risen seven hashtag. Oder un risen seven hashtag. Na, hi. Dich habt ja... Da brennt der nicht an. Gut, hätte ich vielleicht doch ein bisschen länger mit Flammen draufhalten sollen. Oder einfach nur mit Flammen draufhalten sollen. Das hätte wahrscheinlich auch geklappt. Äh, ich möchte es ja immer künstlerisch machen. War das ein Einrad? Da lag gerade ein Einrad. Ist ja putzig. Ich habe immerhin ein besseres Team. Die opfern sich gerade alle... alle auf. Na gut. Hä, hä, hä. Haust du ab, du! Haust du ab! Schade. Hat mich doch der Heavy noch bekommen. Der hat einen Pfeil im Arm. I used to be an adventurer like you, but then I've got an arrow to the something. Arrow to the arm. Arrow to the... Arrow to the Elmbogen. Ich weiß gerade nicht, was Elmbogen auf Deutsch heißt. Äh, auf Englisch heißt. Ähm. Ernsthaft? Was heißt ein Elmbogen auf Englisch? Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Steam Browser öffnet dich. Ich will das jetzt wissen. He, he, he. Dab, dab, dup, 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 du darfst jetzt laden. Server. Weil wenn der Server nicht lädt, kann ich auch den Browser nicht benutzen. Em, em. Jetzt fühle ich mich gerade echt doof. Das ist mir peinlich. Elbow. Das klingt ja schon fast so wie Deutsch. Und das Wort habe ich vergessen. Lacht mich nie aus. Hätte ich doch nicht googeln sollen. Nicht im Let's Play. Ah, Elbow. Mein Gehirn sagt mir die ganze Zeit Enkel. Aber Enkel ist ja hinten am Fuß dran, die Ferse. Elbow. Da habe ich das vergessen. Das gibt es doch nicht. Mann. Ich fühle mich echt. Wah. Ich fühle mich so richtig. Wah. So fühle ich mich. Geräten. Der Pyro hat Spaß, ne? Der hat eine Flamble und Flamble und Flamble und Flamenco, das mein allerliebster Liebling ist Pyro Hood. Aber das wissen ja die meisten, mit denen ich TF spiele. Stimmt's, Max? Hi Max, wie geht's dir, Max? So, das wollte ich übrigens gerade an Max. Ich hatte ja, äh... Der erste Unusual, den ich je hatte, den habe ich ja durch Handeln bekommen, da habe ich irgendwie einen Strange Machina verkauft und so. Äh, mein erster Unusual, den ich je bekommen habe, war ein... Äh, Flamboyant Flamenco with Orbiting Planet. In Violett. Das ist ja noch, das ist ja noch das Tolle daran. In Violett sieht ein Flambian, Flamenco echt toll aus. Also, ist echt eine schöne Farbe für das Ding. Gott, jetzt hätte ich so voll den coolen Pogo Jump machen können. Und ich habe die Chance nicht genutzt. Äh. Äh, na gut. Irgendwann mal. Äh, nie. Es war kein Machina, es war ein Strange Gunslinger, den habe ich verkauft für ein paar Keys plus den Flamenco. Und am Ende habe ich noch ein paar mehr Keys rausgeholt, aber das Ding sah echt cool aus. Ich meine, Orbiting Planet ist jetzt nicht so ein, so ein toller Effekt, aber es sah cool aus, definitiv. Äh, besser als, als Orbiting Fire. Ich finde, Orbiting Fire ist selbst für Pyro so ein schrecklicher Effekt. Ich mag den überhaupt nicht. Na hi, wie geht's? Dispenza, bitte heil mich. Bitte lass mich leben. Wer auch immer das Ding hier hingestellt hat, du bist ein Gott. Du bist ein Gott für uns alle. Du hast mein Leben gerettet. Mehrfach. Auch wenn das Ding nur nicht gerade schnell heilt, aber es heilt. Das ist ja die Hauptsache. Gut, wir haben den Punkt. Das ist schon mal schön. Ah, aber ich traue mich ja auch nicht, mit meinem normalen Account anzufangen, mit den Usuals zu traden, weil... Erstmal, ich kenne mich mit Unusuals nicht aus. Ähm, weiterhin sind Preistabellen für Unusuals so unglaublich, äh, so unglaublich ungenau. Weil man kann ja, man kann ja nicht einfach sagen, dieser Unusual ist immer so und so viel wert. Klar, äh, man kann sagen, den Unusual, den gibt's auf der Welt nur dreimal. Oder man kann, man kann sagen, keine Ahnung, den Unusual, den hat man bis jetzt, äh, das erste Unusual, den man von der Art uncrated hat. Oder irgendwie so ein Mist. Gibt's ja, gibt's ja so viele, so viele Dinge, für die man Items versucht zu verkaufen. Überhaupt die Craft-Nummer. Für sowas verkauft man doch keine Items. Ich find das so lächerlich. Ähm. Aber, wo war ich? Ja, was Unusuals angeht, damit möchte ich einfach nicht traden. Das ist relativ unsicher. Und jeder Unusual sieht ja für jede Person auch anders aus, weil... Einem gefällt der Effekt, einem gefällt der Hut, manchen gefällt's nicht, wie die Effekte mit dem Hut zusammenpassen. Und manche finden, es ist halt der perfekte Hut, während andere denken, ach nee, sowas würde ich nie tragen. Und, ach nee, ist nichts für mich. Überhaupt nichts für mich. Äh, komm, ich will die Runde gewinnen. Ähm, und es ist halt so eine Sache. Mit einem Unusuals möchte ich nicht unbedingt traden. Ha? Du Arsch! Ich hab ihn noch bekommen. Ähm. Äh, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, und ein Unusuals haben auch manchmal so unglaublich lächerliche Preise. Das Ding behalte ich, das möchte ich benutzen. Übrigens, ich hab mich doch nochmal... Mensch, ich fang jetzt nicht gleich mit Tradnern an. Ha, ha. Ist so eine Sache, da entscheide ich mich ja recht oft um. Aber wenn ich jetzt sofort mit Tradnern fang, nö. Zu viel Stress. Übrigens, mein Hals wird grad trocken. Deswegen schluck ich auch so oft und führ so oft auf zu reden. Mach kleine Redepausen. Muss ich, muss ich, äh, beim nächsten Cut mal ein bisschen was trinken. Und, um mir, eine Tasse Tee holen. Das wär schön. Ich glaub, das mach ich dann. Ich hol mir dann gleich mal eine Tasse Tee. Ich hab ja noch so ein, äh, so ein Teeglas neben mir stehen. Das ist leer, das deprimiert mich. Weil ich liebe Tee. Tee ist wunderschön. Fast so toll wie Kakao, aber halt noch nicht ganz so toll wie Kakao. Warum ist diese eine Plattform so weit vorne? Du Arsch! Na gut. Hol ich mir dann gleich mal ein Testschen-Tee. Oder ein Gläschen-Tee. Tee-Gläschen voll Tee. Gibt ja extra so Gläser nur für Tee. Mit so einem großen Henkel an der Seite, damit man sich nicht die Fingerkuppen verbrennt. Äh, nicht die Fingerkuppen, sondern Fingengelenke. Ja. Das ist nämlich total schlimm bei manchen Gläsern. Kennt ihr das, wenn ihr euch irgendwie so ein heißes Getränk holt? Und diese Fingergelenke, diese biegbaren Fingengelenke, die so ganz seltsam aussehen manchmal. Ich wisst ja, was ich meine. Und ihr wisst schon, was ich meine. Und du blöder Spidu! Ich habe eben fast noch wen getötet. So, ich möchte jetzt meinen Satz beenden. Und die Fingengelenke, die kommen so an das heiße Glas. Und ihr wollt es aber nicht fallen lassen. Und wenn ihr die Finger dann wegnehmt, dann lasst ihr das Glas fallen. Und dann müsst ihr die dranlassen. Und dann stellt ihr das Glas endlich ab. Und dann pustet ihr euch erstmal auf die Finger. Und dann denkt ihr euch nie wieder. Nie wieder Tee ohne feuerfeste Handschuhe. Ich finde das schrecklich. Deswegen Tee nur und Teegläsern trinken. Das ist immer das Beste. Ich bin auch total hitzeempfindlich, was meine Hände angeht. Äh, wir sind irgendwie am Gewinn. Ja, wir sind am Gewinn. Ich gehe auch mal kurz ins Bahn und hole mir jetzt ein Tässchen Tee. Scheiß doch drauf, ob wir jetzt verlieren. Judy, ich stelle mich jetzt ins Bahn und hole mir Tee. Du musst mich nicht heilen. Bis gleich. Oder bis später. Die Runde ist wahrscheinlich schon ein bisschen fortgeschritten, wenn ich wieder da bin. Ciao. Ach, bin wieder da. Oh, wunderbares Teegetränk. Was wäre ich ohne dich? Ein unzufriedener Mensch vielleicht. Auch mehr. Auch wieder nicht. Ich habe übrigens noch nicht getrunken. Ich lasse den erstmal ein ganz klein wenig abkühlen, bevor ich daraus schlürfe. Weil ich möchte mir nur echt nicht die Zunge verbrühen. Nee, versteht ihr. Hoffentlich. Übrigens, ich bin da jetzt ein bisschen lockerer. TF ist so Let's Play, da spiele ich und rede und spiele ganz lange und rede ganz viel. Und da tut mir nach einer Weile auch der Hals weh. Da trinke ich was. Wenn ihr es nicht mögt, dann mögt ihr es nicht. Da kann ich auch nichts für. So. Ihr habt A noch nicht. Da möchte ich mal dafür sorgen, dass ihr A auch nicht bekommt. Gut. Das war lieb von dir. Den hätte ich nämlich nicht bekommen. Ha. Heavy, du Arme. Kriegst gleich mal meine Sticky ab. Meine Crit-Sticky. Ich habe ja gar kein Metzgit gebraucht. Da gehe ich irgendwie so instinktiv schon runter. Wow. Danke, Pyro. Demo, manchmal. So. Das wollte ich sagen. Manchmal bist du echt scheiße. Da will ich Leuten danken und dann erlaubst du es mir nicht. Äh. Hallo, Pyro. Hallo, Pyro. Sag dir Hallo, Pyro. Kommt schon, stirb. Geht doch. Endlich hat Bunnies dann auch mal was für ihn bekommen. Und Mr. Monkey Ranch hat geholfen. Auch wenn Mr. Monkey Ranch cool ist. Glaube ich. Also er hat mich schon öfters gerettet, also ist er cool. Ich werde zwar gerade von der Seite abgeschossen, aber ich will den Heavy töten. Mann. Oh, gut. So. Löffel. Löffel? Ich ruhe nochmal kurz um. Dann lege ich dich irgendwo hin, wo du nichts, äh, wo du nirgendwo drauf tröpfeln kannst. Hä? Der ist heiß. Mal gucken. Ne, der ist mir zu heiß. Da trinke ich noch nicht raus. So. Das muss meine Stimme jetzt noch aushalten. Aber you are now attacking. Hä? Na du mir ja auch spiel.